Die Ballsaison ist eröffnet. Fußball-Legende gegen Handballgott. Ich freue mich schon. Schließlich Handball wäre wesentlich härterer Sport. Fußball wird wesentlich besser bezahlt. Aber zumindest warst du ja auch mal Weltmeister. Ich habe gehört, du kannst auch ganz gut werfen. Zumindest ein Döner. Ich habe ein Restaurant, da werden Pommes normalerweise frittiert. Jetzt werden Worten Taten folgen. Pascal Pommes Hens gegen Kevin Großkreutz. Schlag den Star. Samstag, 6. Februar, 20.15 Uhr. Schlag den Star.